Jeder Handgriff sitzt. Beim Fahnekuchen machen kommt es auf das richtige Timing an. Das hat Diana Kajumova von ihrer Internat-Oma gelernt, der Senioren Svetlana Gromova. Beide haben sich hier gefunden vor zwölf Jahren. Das hier ist meine Familie und manchmal ist sie ganz schön frech. Es ist eine ganz besondere Welt, in der Diana und ihre neue Oma leben. Zusammen mit 30 anderen Kindern und 116 anderen Senioren. Eine Welt, in der die Jüngeren mit den Älteren den Alltag teilen. Die meisten Älteren sind hier, weil ihre Familien sie draußen nicht mehr pflegen wollen. Die meisten Jüngeren, weil ihre Familien sie draußen nicht mehr pflegen dürfen. Ihre Eltern sind meistens Trinker, haben kein Erziehungsrecht mehr. Und weil ihre Eltern Trinker sind, kamen alle kleinen Heimbewohner behindert zur Welt. Einsamkeit ist das, was beide Altersgruppen verbindet. Kommt her, ich lese euch was vor. 1993 verlor ich meine Familie. Alle kamen bei einem Autounfall um, es war furchtbar. Ich hätte beinahe meinen Verstand verloren. Damals wollte ich nicht mehr leben. Ich wäre lieber mit meiner Familie zusammen ums Leben gekommen. Das Internat, in dem ältere Menschen mit Kindern und Jugendlichen zusammenleben, wurde vor zwölf Jahren gegründet. Seitdem ist dieses Heim im Dorf Starobayeshevo in der russischen Talrepublik Bashkortostan das einzige dieser Art in ganz Russland. Unsere Kinder sind glücklich. Sie haben liebevolle Betreuer und eine liebevolle Umgebung. Sie brauchen sich nicht wegen ihrer Behinderung zu schämen. Sie können gehobenen Hauptes durchs Leben gehen, so wie ihre nichtbehinderten Altersgenossen. Die Großen und Kleinen von Starobayeshevo haben Glück. Der Ruf ihres Internats geht weit über Bashkortostan hinaus. Dank Zuwendungen des Staates, der Sponsoren und der Freiwilligen leben sie hier in einem Vorzeigeheim. Andere Behinderte und Bedürftige in Russland haben weniger Glück. Immer wieder prangern Menschenrechtler Fälle von gewalttätigen Pflegern an, von korrupten Heimleitern, fehlendem Brandschutz oder einer unzureichenden Finanzierung. Aber davon erfährt die Öffentlichkeit meist nichts. Jedes Heim ist eine Welt für sich, von der Außenwelt komplett abgeschottet. Eine alte Tradition aus Sowjetzeiten, die dringend reformiert werden müsste, fordert die Heimleiterin. Es gibt immer noch eine große Barriere zwischen den behinderten und nichtbehinderten Menschen in unserer Gesellschaft. Die Eltern der alten Sowjetgeneration wollen ihre gesunden Kinder nicht zusammen mit Behinderten sehen. Unsere kleinen Heimbewohner aber, die zusammen mit den Älteren hier leben, sind das beste Beispiel dafür, dass es anders geht. Sie zeigen, dass wir alle die gleiche Luft einatmen, unter der gleichen Sonne laufen und einfach nur alle gleich sind, ohne Unterscheidung in krank und gesund. Natürlich läuft auch in Starobayeshewo nicht alles rund. Der große Altersunterschied macht das Leben der Bewohner und vor allem ihrer Pfleger nicht immer leicht. Aber man spürt hier eine große gegenseitige Sympathie und jede Menge Lust auf ein Leben miteinander, statt nur nebeneinander. Wenn ich Kinder sehe, vergesse ich alle Probleme. Alles Dunkle geht von mir weg und es bleibt nur Gutes, Helles. Mit einer kleinen Tanzaufführung geht der Tag zu Ende in Starobayeshewo. In einem Ausnahmeheim, in dem das Motto gilt, zusammen ist man weniger allein. Hier ist es kein leerer Spruch.